so ich besitze wohl besitzen erst mal den hier einmal 1 2 3 4 5 6 hier passen 5 rein 12 13 14 15 16 vielleicht wir haben 10 in auftrag gegeben so schwefel und gold meine stimme ist so komisch von vielen reden was haben wir denn hier gold ja toll es ist echt wunderbar da freue ich mich so sehr völlig mit gold wenigstens haben wir jetzt hier noch zwei bogenschützen die können wir ja hier verstauen und da juckt die nase das gibt es ja nicht hier steht doch soweit alles der baut jetzt auch sein getreide an gut also im brot dürfte es uns eigentlich gleich nicht mehr mangeln nur eigentlich nicht nur eigentlich sondern eigentlich eigentlich doch direkt an eisen und wo kriegen wir jetzt eisen vielleicht von da vielleicht von dort wenn ich hier noch irgendwo einen berg gehabt hier naja gut das ist natürlich eine doofe stelle und das brot stapelt sich und ich habe da noch eine bäckerei irgendwie gebaut vielleicht sollte ich die wegnehmen und die war noch eine schweinefarm aber wir haben auch genug eisen ach da schon wieder Mist warum haben wir keine Infanterie ist hier hier jetzt macht die doch schon fertig so hier fehlt einer jetzt und hier fehlen zwei ok die gehen ja da jetzt hoffentlich rein die gehen ja da jetzt hoffentlich rein ach das muss alles schneller gehen warum liegt da oben rum der hätte schon längst dahin transportiert werden können ich glaube ich baue jetzt hier noch eine schmelze hin hast du hier ja und noch eine schmiede wunderbar so hier machen wir mal höchste priorität soll die sofort dahin zählen aber sofort ich glaube die haben auch nichts anderes zu bauen gerade so hat er jetzt hinten was gefunden hat er überhaupt schon gesucht die faule sau Entschuldigung dass ich das so drastisch sage aber es ist doch so ah jetzt sucht er was na na geht doch ja ich weiß grad nicht ich glaube es liegt einfach daran dass die noch nicht ganz ausgelastet sind hoffe ich mal und ich hoffe nicht dass es an diesem langen Laufweg liegt aber eigentlich ich meine ist ja egal es stapelt sich ja hier auch nicht ne dann wartet halt nur ein bisschen länger bis die Soldaten da sind aber dann sind sie ja doch genauso da gut hier noch einer rein und da noch einer rein fährt er noch fünf ja das müsste soweit fast hinhauen schätze ich mal ja hier haben wir auch noch stehen noch genug rum Stein haben wir noch Holz haben wir noch auch das Holz stapelt sich in die Höhe ich glaube so anderthalb Minen ne sowohl eigentlich können acht fördern die verbrauchen acht maximal ach ich weiß nicht wie das ist mit dem Verhältnis von Mine zu Schmiede so mach den fertig hier bevor er rankommt das ist ja Level 3 ja oder? vielleicht könnte ich ja noch einen kleinen Turm hier hin bauen könnte da noch einmal mehr Kreuzfeuer geben so und hier und hier kommt ein anderer her hier steht hier noch einer rum irgendwo hab ich einen übersehen aber kann ja gar nicht hier liegen sind ja wenn dann hier vorne wer weiß vielleicht war das einer von den anderen da zählten die noch als als nicht vergeben sag ich mal so da ist Eisen naja gut kriegt kriegt der da hinten noch hier ist doch mal da ja sie werden angegriffen das ist super hier haben wir jetzt voll besetzt da noch nicht da schon schon Eisen ja hier ist alles da da ist Eis da wunderbar ja ja was kann ich noch erzählen ich hab ja vorhin vorhin ja also in der letzten Aufnahme hatten wir ja über YouTube und komische Features geredet ich hab jetzt natürlich noch nicht falls ihr was geschrieben habt das gelesen weil ja heute immer noch derselbe Tag ist ähm indem ich die andere Aufnahme gemacht habe aber was könnte ich denn erzählen hm was passiert denn gerade so in der Welt hm fällt gerade gar nichts ein was spannendes wenn ihr irgendwelche Themen habt über die ihr äh ja zugelabert werden wollt ne schreibt es einfach in die Kommentare ihr kennt ja das Spielchen ansonsten versuche ich hier meine üblichen Kommentare zu Siele abzugeben aber ich denke dann immer einfach nur das Spiel so erzählen was da gerade passiert ist ja auch doof weil ihr seht das ja eigentlich alles wenn ich mir hier gerade mal so die Burg angucke denke ich mir da ist doch Hälfte Hälfte Holz und Stein und nicht so 2 zu 1 oder so ach 4 passen wir noch rein 1,2,3,4 stimmt ne 1,2,3,4 da hinten naja egal gibt es Schlimmeres wo hat er denn jetzt hier ne der kann hier noch ein paar 3 Bögen kann er noch herstellen und dann kann er den Rest machen so stimmt da oben haben wir jetzt eben noch ne Eisenschmiede äch Eisenerzmine hingebaut hier noch die passende Kohlemine dazu die ist immer noch nicht fertig so hier du kannst aufhören ist gut es ist vorbei brauchst nicht mehr suchen du auch habt ihr einen Job getan das war's für euch ach hier stimmt ja ein Wasserwerk wird der immer noch da hinten sein oh dann natürlich hier vorne kann er jetzt immer ein bisschen mehr holzen was achso boah was hält denn hier aus auch das sind Schwerkämpfer die halten irgendwie noch ein bisschen mehr aus da sieht man ganz eindeutig dass der Schwerkämpfer das bei weitem nicht so weit äh dass der Schwerkämpfer bei weitem nicht so viel aushält die Schwerkämpfer bei weitem nicht so weit